Hallo und willkommen bei HardwareHard. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 43 2014. Ab sofort gibt es bei den Kabelanbietern Unity Media und Kabel BW 200 Mbit ohne Aufpreis. Dies ist wahrscheinlich eine direkte Antwort auf Telekoms 100 Mbit. 200 Mbit kosten im ersten Jahr mit Telefon 35 Euro, im zweiten Jahr 42 Euro pro Monat. Man hat zwar den Vorteil, dass man die doppelte Downloadrate hat als bei Vectoring, allerdings nur ein Viertel der Uploadrate, nämlich 10 Mbit statt 40. Die anderen Kabelanbieter Kabel Deutschland und Vodafone werden dies auch noch anbieten. Das DSL-Netz kann derzeit nicht so viel Mbit zur Verfügung stellen, allerdings wenn die neue Technik GFAST kommt, können Bandbreiten bis zu 1 Gigabit möglich sein. Dies braucht aber noch eine ganze Weile. Der Nachfolger von Intels Haswell Extreme Prozessoren, ProTwell Extreme, kommt nicht 2015, sondern erst 2016. Die Vorserien-Exemplare sollten zwar zur Hälfte 2015 ausgeliefert werden, jedoch erst 2016 soll die Serienfertigung beginnen. ProTwell Extreme soll wie Haswell Extreme mit maximal 8 Kernen erscheinen. Der Sockel und der Chipsatz bleiben gleich. Die größte Änderung ist dabei nur die Fertigung, nämlich 14 Nanometer. Damit verbrauchen die Extreme-Prozessoren weniger Strom. Es sei denn, der Takt wird angehoben, dann haben sie aber wenigstens mehr Leistung bei gleichem Stromverbrauch. Bald beginnt das Weihnachtsgeschäft und AMD sieht sich darin Nvidia überlegen. In einem Kurzinterview hat sich AMDs Richard Hardy zum Weihnachtsgeschäft 2014 geäußert. Nvidia habe mit der GTX 970 und 980 zwar beliebte Grafikkarten herausgebracht, allerdings haben diese Lieferengpässe. Außerdem habe AMD nach dem starken Preisfall das bessere Preis-Leistungsverhältnis. Die GTX 980 ist zwar fast immer besser als die R9 290X, aber die 290X ist dafür viel, viel billiger. Gerade in der Mittelklasse ist AMD noch Nvidia weit voraus. Deswegen sieht er als Fazit, dass AMD das deutlich bessere Angebot hat als Nvidia. Ungarn plant eine Steuer auf das Internet. Und zwar eine richtig heftige Summe. 150 Forint bzw. 49 Cent pro übertragenen Gigabyte. Das wäre bei meinem täglichen Pornokonsum ungefähr 16 Euro. Diese Kosten müsste der Provider zahlen. Und die Kunden sind ja größtenteils die Endverbraucher. Also müsste das im Endeffekt der Endverbraucher bezahlen. Der ungarische Wirtschaftsminister verteidigt diese Steuer. Er meint, durch diese Steuer nimmt Ungarn pro Jahr ungefähr 20 Milliarden Forint ein. Diese Zahl ist allerdings stark untertrieben. Denn der Internet-Traffic in Ungarn waren 2013k 19 Milliarden übertragene Gigabyte. Was umgerechnet 175 Milliarden Forint wären. Es gab Razzien gegen die Betreiber von KinoX.to. Es wurden 6 Wohn- und Geschäftsräume in 4 deutschen Bundesländern durchsucht, um KinoX.to stillzulegen. Eine Spezialeinheit versuchte, zwei Brüder im Alter von 25 und 21 Jahren in dem Haus ihrer Eltern festzunehmen. Sie konnten sie jedoch nicht aufgreifen. Ihnen wird gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzung, Steuerhinterziehung, räuberische Erpressung und Brandstiftung vorgeworfen. Zwei Haftbefehle gegen wichtige Kräfte der Gruppe seien auch vollstreckt worden. Vermögenswerte wurden sichergestellt. Nach den beiden Brüdern wird europaweit gefahndet. Die Betreibern zu KinoX.to sollen zu den ehemaligen Betreibern von Kino.to Kontakt haben. Sie sollen außerdem auch eigene Filehoster wie Freakshare und Bitshare betrieben haben. Geld eingenommen haben sie mit Abo-Modellen und Online-Werbung. Und damit auch über eine Million Euro Steuern hinterzogen. Die GVU behauptet, die Betreiber stecken auch hinter movie4k.to, börse.sx und mygoolie.com. KinoX.to ist derzeit noch online. Das war's dann auch mit den Techn-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.